Ich bin kein direkter Rüppel, aber die Brennnessel unter den Liebesblumen. Jawohl und damit Servus und Havardere wieder einmal zu einem neuen Einblick ins pure Landleben aus dem Krom Valley. Ja, wie hat das Zitat gesagt, was ich gerade gesagt habe? Der eine oder andere von euch weiß bestimmt, genau, das Zitat kommt vom Karl Valentin und der Valentin hat das gesagt und alle Leute und alle Menschen da draußen haben natürlich gewusst, jawohl, beim Karl Valentin, da muss man immer Abach geben, da muss man sich nicht die Finger verbrennen. Und genau so ist aber der Gewächs da bei der Brennnessel. Wenn man nicht so Abach gibt, dann hat man gleich brennende Finger. Die einen oder anderen sagen, jawohl, das ist gesund, das macht auch gleich mit dem Fleiß rein in den Brennnesselstrauch. Oder die anderen nehmen es her und machen eine Jauche draus. Genau, und weil sowas gemacht wird, das will ich euch heute mal in dem Video zeigen. Und da werde ich nicht viel dazu sagen, zeige ich euch ein bisschen, weil ich das mache und da kommt gewiss der eine oder andere ein bisschen was, ein paar Informationen mitnehmen. Von dem her reden wir nicht lange miteinander, starten wir gleich mit dem heutigen Video. Jawohl. schief es aus! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.